Hallo Lena hier, ja ich habe eine tolle Creme die ich heute vorstellen möchte und zwar von der Firma oder von der Marke Biovolen würde ich das glaube ich aussprechen und zwar ist das eine Kresse Salbe gegen Altersflecken oder Pigmentflecken finde ich hört sich irgendwie schöner an oder Sommersprossen könnte man das ja auch nennen obwohl das ist ja nicht dasselbe aber ihr wisst schon wenn man einfach einen unebenen Teur hat was man irgendwie also ich zumindest jetzt im Laufe des Alters immer mehr bekommen muss ich sagen und ich bin wirklich begeistert von dieser Creme so sieht sie halt aus also wie gesagt ziemlich dickflüssig aber jetzt nicht super super reichhaltig also nicht fettig oder so sondern wirklich ja normal pflegend irgendwie und ich muss ganz ehrlich sagen ich weil ich eben so viele Wirkstoffskosmetik Sachen verwende ihr wisst schon Retinol und Vitamin C und so weiter und darauf bestehe ich irgendwie deswegen dachte ich erst mal als ich damit angefangen habe ich also ich verwende die Creme seit circa drei Wochen würde ich sagen dann habe ich das praktisch punktuell aufgetragen wo die schlimmsten Pigmentflecken sind und kann man machen klar aber irgendwie dachte ich ach komm das ist auch so eine Fummelei also ich trage erst mal Retinol oder Vitamin C oder was ich so ja erst mal verwenden möchte halt als Serum und dann einfach die Creme obendrauf ich wusste nicht ob es dann überhaupt wirkt weil ich habe das Gefühl oder man denkt dann dass es nicht konsensiert genug ist aber bei mir hat es funktioniert als ich damit angefangen habe innerhalb von ein paar Tagen dachte ich wirklich dass ich mich im Spiegel gesehen habe habe ich heute irgendwie eine getörnte Tagescreme auf nein habe ich nicht also es fällt auf dass alles irgendwie total ebenmäßig wird also es ist echt ein Phänomen also ich bin wirklich begeistert also die Creme hat einen stolzen Preis das muss man sagen ich verlinke die Homepage unten falls ihr Interesse habt und wenn ihr wirklich große Probleme damit habt und irgendwas machen möchtet gegen Pigmentflecken oder Altersflecken halt dann kann ich das wärmstens empfehlen das ist eine deutsche Firma also wirklich gute deutsche Qualität und die arbeiten nur mit natürlichen Inhaltsstoffen und Kresse wie gesagt das hat man einfach festgestellt dass dieser dieser Prozess was so passiert praktisch auf der Haut wenn Altersflecken entstehen dieser Prozess wird einfach gehemmt von Kresse die achten auf Nachhaltigkeit wenn es um die Verpackung geht das ist wirklich kein Schnickschnack sondern das was zählt ist echt das was drin ist das muss man wirklich sagen und ja vegan und keine Mikroplastik keine kein Mineralöl und ja also das ist wirklich ja ein tolles Produkt und die haben auch eine Moos Salbe oder Moos Creme habe ich gesehen auf der Homepage da war ich auch sehr gespannt das ist gegen Falten wohl und auch eine Creme gegen trockene Haut habe ich gesehen mit ich glaube Kaktusöl oder sowas ja also ein kleiner Tipp schaut da gerne bei der Homepage rein und wie gesagt ja bei mir funktioniert es finde diese Creme ist echt so ein Phänomen also hätte ich nicht gedacht dass es wirklich wirkt das ist wie gesagt nur mein persönlicher Erfahrungsbericht aber wie gesagt ich bin begeistert und ja vielleicht ist es ein guter Tipp für jemand da draußen und es ist sicherlich ein stolzer Preis bitte die Preisbewussten unter euch ihr müsst es nicht schreiben und in den Kommentaren ich lebe persönlich in einer Art Schraffenland das ist klar ich als YouTuber darf solche Sachen ausprobieren und ich genieße das und aber ich mag das ja auch für euch also von da hier ein Tipp das war's für heute macht's gut bis bald tschüss das wir auch wir vorbei wir Untertitelung des ZDF, 2020